So, für die Spitzkohl-Pizza starten wir das Ganze einfach mal mit dem Boden. Nimm einen Hefeteig, also Mehl, Salz, Öl, Hefe und hier ganz besonders ist das Liebstöckelgewürz. Also die Samen vom Liebstöckel getrocknet und dann gemixt als Pulverform. Ja, hier fehlt noch Wasser. Alles zusammen zu einem fluffigen Teig zusammenrühren und ruhig ein bisschen länger rühren. Der darf dann gleich in der Schüssel weiterschlafen, bekommt noch ein süßes Häubchen drüber. So eine selbstgenähte Schüsselhaube ist echt zu empfehlen, auch für Salat im Sommer. Ja, und jetzt geht der an einen warmen Ort und darf mindestens zwei Stunden schlafen. Als nächstes brauchen wir natürlich Zwiebeln. Die werden klein gehackt und ich glaube, es sind sogar zwei dicke Zwiebeln, die ich hier genommen habe. Und anschließend werden auch noch Champignons klein gehackt. Wobei, eigentlich muss man die nicht klein hacken, sondern noch viel besser ist es, finde ich zumindest, die zu reiben. Dann haben die eine kleinere Größe und mit den Zwiebeln zusammen, wenn die dann angebraten werden, schmeckt das einfach total genial. So, jetzt ist die Pfanne raus. Und das Kokosöl da rein. Das kriegt man ganz gut mit dem Messer da rausgefummelt. Mega lecker. Selbst für Pfannenkuchen ist das Aroma mit Kokosöl einfach super lecker und besser und ich weiß auch nicht, toll. Ich finde es super. Die Zwiebeln, die Champignons anbraten und schon mal Knoblauch schälen. Den brauchen wir gleich für die Unterlage von der Füllung. Da kommen noch Hanfsamen dazu. Und das Ganze kommt in den Mixer mit ein bisschen Wasser. Und was auch noch hereinkommt, was wichtig ist, sind die Leinsamen. Die Leinsamen quellen halt hinterher auf und bringen das Ganze zu so einer super Konsistenz. Also hier eine Runde mixen. Und wenn man das nach dem Mixen ein bisschen stehen lässt, dann quillen die Leinsamen halt auf. Ah ja, salzen. Ein bisschen Würze nicht vergessen. Und die Konsistenz sollte dann ungefähr so aussehen. Juhu, endlich raus. Hier geht's ins Paprika-Feld. Kann man ganz gut, glaube ich, sehen. Einige Paprika sind reif und die gilt es jetzt zu ernten. Das klappt super, wenn man eine Schere oder eine Gartenschere dabei hat. Und jetzt kommen wir zum Star der ganzen Geschichte. Darunter versteckt ist der Spitzkohl. Mit Unternetzen wegen der Kohlweißlingsfliege. Oder dem Kohlweißling besser gesagt. Da kann man auch einen kleinen Gartenhelfer sehen. Besser als jede Chemie. Einfach ist es, den einfach abzudrehen. Dann kann man den ganz gut ernten. Ja, als nächstes muss man auf jeden Fall erstmal die ganzen Blätter weg. Weil im Endeffekt ist der Spitzkohl ja leider nur das in der Mitte. Die restlichen Blätter sind für die kleinen Gartenhelfer da. Die essen die auch ganz gerne. Schön wieder das Netz zu machen, damit nicht irgendwie welche Fliegen da reinfliegen, die da nicht hingehören. Und als nächstes müssen wir den Kohl erstmal waschen. Ja, schöner Kohl. Wir haben eine Waschstation draußen. Das ist ganz praktisch. Hat man die immer in die ganze Küche eingesaut. Und das Ganze funktioniert mit Brunnenwasser super. Wieder angekommen in der Küche. Heißt es jetzt, die Ernte weiter zu verarbeiten. Die Paprikasorte ist die Sweet Banana. Und was ganz toll daran ist, die hat eine sehr dünne Schale. Das ist fürs Essen einfach total klasse. Hier schneide ich die gerade auf und hole die Samen raus, lege die zur Seite und trockne die. Dann kann man die nächstes Jahr im Frühjahr wieder einpflanzen und neue Paprika ziehen. Die kann man wunderbar draußen wachsen lassen. Also wenn man die Jungpflanzen hat, die brauchen so ein bisschen Schutz und sind ansonsten relativ robust. Ich lege ein paar Samen zur Seite. Hier der Spitzkohl. Der sieht natürlich anders aus als so ein gekaufter aus dem Supermarkt. Ein bisschen krumm und schief. Aber ich finde, der ist einfach total schön. Den Strung schneide ich raus. Den kann man allerdings, wie bei Rotkohl auch, schälen und das Innere direkt roh verspeisen. Ein ganz leckerer Snack. Einfach mal ausprobieren. Danach muss man den Schnittkohl, äh, den Schnittkohl, Schnittkohl, Spitzkohl schneiden in mundgerechte Stücke. Von der Größe her. Und entweder blanchiert man den oder man packt den anschließend einfach in die Pfanne, Deckel drauf, öfters mal umrühren. Und dann verringert sich das Volumen auch. Musik Musik Der Teig hat nun locker zwei Stunden geschlafen, ist wieder aufgewacht, wird jetzt mal ordentlich durchgeknetet. Und ich rolle den ganz gerne auf dem Backpapier aus, schön über die Ränder hinaus. Das ist recht praktisch. Und jetzt wird er dann aufs Backblech einfach rübergezogen. Die überflüssigen Ränder schneide ich dann einfach mit der Schere ab und modelliere die vielleicht noch an die Stellen, wo Teig fehlt. Drücke das Ganze so ein bisschen hoch. Dann kommt das in Form. Und nun kommt die Soße drauf. Schön verstreichen mit der Winkelpalette oder mit dem Spachtel. Wenn es praktisch ist, bei meinem alten Backblech, das lässt sich drehen. Das sieht man gleich nicht unpraktisch für das Verstreichen natürlich. Wenn man möchte, kann man den Teig alleine auch erstmal ein bisschen vorbacken. Ich glaube, das wird dann noch knuspriger. Ich wollte es ein bisschen saftiger haben. Und jetzt kommen noch die Bratpaprika drauf. Also die Pimientos, eigentlich eine spanische Bratpaprika. Aber wir haben gemerkt, die Schale ist dick. Und wenn man die trocknet und hinterher zum Pulver verarbeitet, ist das super süß, sehr aromatisch, total lecker. Jetzt kommen die Zwiebeln und die Champignons oder Pilze von vorhin noch drauf. Der Spitzkohl wird lecker drauf verteilt. Und anschließend kommen noch die Paprikastreifen drauf. Und dann ist der Ofen auch nicht mehr weit. Der Ofen ist vorgeheizt auf 180 bis 200 Grad. Ordentlich heiß, Umluft. Das Blech kommt da rein. Und was man hier sehen kann, ist, ich streiche das Ganze nochmal mit Öl ein. Damit es nicht anbrennt. Aber das erst kurz vor Schluss eigentlich. Jetzt muss man das auch mal probieren. Ist ganz lustig, sich selber beim Essen zuzuschauen. Uns hat die Pizza super gut geschmeckt. Das Blech hat einen Tag gehalten, dann war es weg. Jetzt kann man nochmal eine Portion im Format sehen. Echt ganz lecker. Mit einer essbaren Blume dabei, eine Kapuzinerkresse. Ich sage jetzt nur noch viel Spaß beim Nachkochen, beim Inspiriertsein, beim Variieren, beim Ausprobieren. Und danke fürs Zuschauen, für die Aufmerksamkeit. Tschö. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017